hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei starfield und ja ich habe schon ein paar zwei missionen angenommen die ich mit euch zusammen machen will okay die sind jetzt nicht mehr da drin aber wir hatten das glaube ich beim letzten mal oder schon einen angenommen dann mache ich zuerst zerstöre crimson fleet captain mufi system nehme ich erst mal die wir haben die razor lief haben wir dann gehen wir jetzt mal ich brauchte einfach nur dahin zu springen wir gehen da ist der komme ich überhaupt hin wie erst mal nach arctus springen und wohin jetzt jetzt geht es eine weiter dann einmal murphy da war ich noch nie was ist natürlich level ich habe daher ist gar nicht drauf geachtet ich hoffe ich schaffe das ich hoffe die razor lief schafft wohin geht's was machen wir was steht für uns als nächstes an ja das ist eine gute frage wo mich denn da bin ich ja mal gespannt übrigens hat das ist doch besser als das allerbeste ich weiß das klingt zwar ziemlich unmöglich aber irgendwie schaffst du es doch wo ist er denn jetzt hallo da wo ich hinguck wieso sollte ich jetzt auf einmal dahin erst nach der hand danach da ist jetzt ein deutlicher falsch also manchmal habe ich doch gefühlt dass die dass die orientierung hier von dem spiel ein bisschen ein bisschen ein bisschen wenn da wird ich habe ausversehr gedrückt malzeit wo wir die wieder drauf ich werde immer noch angegriffen glaube ich ich glaube ich sterbe okay war doch ganz nett den haben wir dann schon mal und wir haben die ich fast gar keinen schaden kriegt cool nicht schlecht dann gucke ich mal nach der zweiten das ist der hier wurde das kopfgeld für verbrecher verbrecher gang anführer schauen wir mal ach guck mal warte mal nicht das heute nicht gucken scannen die haben da sp hier antimon nee das war es nicht die twosnet ich habe nämlich so ein planeten müsste ich noch mal gucken da könnten wir ein bestimmtes material plutonium oder sowas wenn man das komplett abbaut und als abbau dinges macht und dann verkauft kann man ordentlich kohle machen also je nachdem wie man es verkauft 400.000 pro stunde oder so super der spiel angst level würde ist weggesprungen wie geht denn das der schützer nice die haben angst immer vor der laser liefer diese gut ist so das heißt sie müssten dahin ehemaliges moe bridge pharma labor das gute war die kopfgeld ist ihr könnt da richtig gute sachen ab abgreifen je nachdem was für level das ist und immer gespannt was ich hier schönes absagen kann habe ich zumindest letztens doch gehört wenn letzten case meine meinen ton zu laut ist also meine stimme dann bitte bescheid geben noch gerade ein bisschen auf ins und wenn ich jetzt zwei tage nicht geweigert hat dafür zu spielen nicht weil ich nicht gut finde sondern was habe ich denn hier hast du das blitzwerfer weil ich ein bisschen von der sucht weg wollte so wo sind sie denn weil sonst habe ich was für level 80 sind alle fünf da kriege ich nicht so gut ist mehr feuer frei ziel neutralisiert genau habe ich da noch eine war für eine schöne ich probiere es mal mit der jahre zieler fasst jetzt wo die zimmer dabei nett die ist gut krendel achso ich habe einen neuen mod drauf der die anzüge von denen raus nimmt aber die werde ich kaum nutzen du bist der leben was was so absolut eiskalt hier drin jetzt mit oh mit Miri! Du bist tot. Und so regeln wir das auf Jamison. So, der war da wohl. Belohnung kassiert. Space Trucker, Rucksack selten. Okay, die brauchen wir nicht. Anzug. Nö, die brauche ich nicht. Die sind nicht so wild. Ich nehme jetzt auch, wie gesagt, nichts mehr mit, was irgendwie zu viel Last mitnimmt oder was ich nicht gebrauchen kann. Deswegen lasse ich hier so einiges liegen. Normalerweise könnte ich auch ein paar Pflanzen mitnehmen, um eine Base mal zu verschönern. Das werde ich aber auch irgendwann mal machen. Aber momentan, denke ich mal, werde ich das mit dem Base hinten anstellen. Es sei denn, natürlich, ihr wollt auch mal sehen, wie das mit der Base funktioniert. Scheiße. Ja, schade. Ich wollte gerade das sagen. Kann man den hier aufmachen? Nein, nein, nein. Schade. Kannst du das mal aufmachen hier? Aber ich glaube, ich hatte den Level ab, oder? Oh, ich habe sogar vier Skillpunkte schon. Kann ich hier den Boost Pack nutzen? Verwendung des Boost Packs wird weniger Treibstoff verbraucht. Das erhöhe ich natürlich. Bin ich natürlich immer überlegen, weil ich würde gerne nachher das hier machen. Aber ich bräuchte noch hierfür irgendeine Waffe, damit ich da mal ein bisschen mehr Schaden mache. Und natürlich Gewicht hier. Achso, das kann ich doch gar nicht, weil ich noch nicht so viel habe. Okay. Entschuldigung. Schauen wir einfach nochmal hier vorbei. Also rum, was hier so alles Schönes noch gibt. Und was ist das hier? Leerer Sauerstoffbooster. Da ist nichts mehr drin. Petitsbuch. Ja, was steht da? Achso, ich habe gedacht, es wäre was zum Einsammeln, aber ihr seid nicht. Das hier dürfte was sein. Nee, ist auch nicht. Okay, okay, okay. Ja. Nö, da haben wir scheinbar alles. Hier können wir nochmal drauf gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alles gemacht habe schon. Okay, hier können wir noch was machen. Gewürz haben wir. Fehlt aber trotzdem noch irgendwo was. Egal, gut, okay, haben wir alles durch. Mehr haben wir nicht. Den haben wir ausgenommen, ne? Das ist dem seine Grendel. Na, dann können wir hier auch wieder raus. Da war ich drin. Die kann ich nicht aufmachen. Was zum... Was zum... Na, hat es dich erwischt? Tja. War was wertvolles dabei? Oh, du Medipack. Aber dann können wir auch schon auf zum nächsten. Ich glaube, das können wir sogar von hier aus machen. Dann war das Laden von innen ins Schiff gehen auch nicht. Ich habe die falsche Quest ausgewählt. Den hier nämlich. Gehe war da mal hin. Aber okay, das ist jetzt auch nur Level 15. Aber wir sind Level 10. Von daher ging mir das auch. Und lasst die Mine, ist gut. So, gerade die Grenze, wo wir noch hinkommen. Aber wir sind schon da. Ja, okay. Ich habe da gesagt, eigentlich hierhin kann das sein, dass du das irgendwie vergeigt hat hier. Weil ich habe gestern ein BIOS-Update gemacht, haben wir noch mal. Und... Da hieß es auf einmal, mein Windows muss neu aktiviert werden. Und das ging nicht. Das ging einfach nicht. Somit habe ich dann immer einen Tag mit... Konnte ich gestern nicht aufnehmen, weil ich unten rechts im Fenster stehen hatte. Und da hatte Windows nicht aktiviert. Ich musste dann erst mal einen Support anschreiben und allem Möglichen. Und die in Community haben wir dann erst mal gesagt, dass ich... Äh... Da ich das so über... Das Gerät hat sich geändert oder sowas aktivieren sollte. Ja, und jetzt funktioniert es wieder. Und irgendwie läuft mein PC jetzt ein. Mit etwas Glück finden wir eine Platin- oder Neodym-Ader. Irgendwas, damit die Reise sich gelohnt hat. Wo bist du denn da? Zum Glück bin das nicht ich. Ja, du kommst aber jetzt auch dran. Ich habe keine... Doch, habe ich wohl noch. Vorsicht! Ich bin blind. Denn du hast gehabt. Feuer frei! Los, 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 weg! Komm nur her! Ich bin mal so gar nicht treffen, ne? Wurden es nicht hin? Haut der einfach ab, der Freige ist. Dead Fight, Lindo. 34 Schuss hat die Waffe. Krass. Anzug, Piraten, Scharfschütze. Nehme ich einfach mal mit. Helm, Piraten, Scharfschütze. Ja, das ist ja hier. Nehme ich mit. Piraten, Verluchser, Krittungs-Axt. Ne, der hat nix bei. Wo ist der? Aber hallo. Ihr könnt, wenn ihr das Boost-Pack in eine andere Taste legt. Also den, äh, das Zweite. Also, erst habe ich auf Space und dann habe ich noch eine Taste, die Alt-Taste, wo ich dann einen Sprung mache und da springe ich mit nach vorne. Das heißt, er springt nicht mal nach oben, sondern der springt geradeaus. Zeigt euch gleich mal, wenn ich unten bin, wieder. Das ist recht praktisch, wenn ihr mal überfüllt seid, oder so was, da macht ihr den Sprung nach vorne und macht nicht so einen anderen Sprung. Wo denn? Ich bin einfach manchmal ein zu schlechter Schütze. Das Speers drum bietet. Na, nehme ich mal mit. Kann nix schaden, ne? Die brauche ich nicht. Die scheint recht gut zu sein, aber die hat nur physische Schaden 3. Ist da hinten irgendwo jemand? Irgendwie wurde gerade von hinten auf mich geschossen. Ach, hier ist er. Bündnlos. Anzuschärfschütze. Habe ich ja schon genommen. Dann gehen wir nochmal hier rein. Vielleicht ist er ja hier drin. Scheint zumindest so, weil der ist ein roter Punkt. Oder er ist unten. Naja, macht hier, äh, macht Sarah das eben. Klar. Hier ist gar nix drin. Ich werde mir aber eventuell noch einen Mods holen. Der das Futter ein bisschen verbessert. Weil so wie es jetzt ist, das Futter bringt es gar nicht. Es sei denn, ich warte noch bis auf den neuen Patch. Vielleicht haben die da dann irgendwas Schönes gemacht. Oh, da gehen wir einfach mal hier rein. Machen wir mal, was hier so ist. Ah, Hüllenforschung ist großartig, oder? Ein, zwei, drei. Roboter. Feind Erkennung aktualisieren. Feind, Feind, Erkennung auf aktuellen Schützer. Äh, äh, Ding ist da. Machen wir das direkt aktivieren. Das ballern die nämlich. Auf Fremde. Du läufst in die falsche Richtung, mein Friend. Egal. Wie geht das voran? Sei lieber drüben. Ich glaube es. Meine Sensoren haben nötig Traum-Pack. Erfasst. Leite Überprüfung ein. Wie schwer kann ich sein? Fuss! Kein Feuer! Keine Sensoren melden. Keine feindlichen Ziele. In dieser Gegend. Weitere uns 200. Ich habe ihn auch besiegt. Okay. Aber da sind noch welche. Kann man mit dem hier rumschauen. Vielleicht haben wir hier dann irgendeine Ader oder sowas. von irgendwas. Höhlenlos. Äh, die Drumbeat brauche ich jetzt nicht. Hier darf irgendwas noch. Ja. Habe ich kein, äh, Dingens mit. Ich habe mein, äh, Dingens vergessen. Ja gut, dann, äh, können wir doch nichts mehr abbauen. Hab ich denn, wo irgendwo in die, äh, äh, das Dingens versteckt. Hätte auch noch ein bisschen Kleingeld gegeben. Aber für die Schuhe, die ich habe, die ist gar nicht mehr so schlecht. Der Gadas Direktive. Der Gado ist doch von der Künstenfriede, oder? Ich muss gleich mal lesen, mal gucken. Wie die Package-Boot. Hier hat er und wir nämlich nicht mehr. Was bringt der mir? Osmium-Dolch. 28 ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. So, wo waren die Zerbos? Hatten wir hier einen. Hermo-Parasit. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. Ja, ne, finde ich aber auch. Ah, guck an, sitzt du. Weil das nichts drin ist, nur Müll drin. Dichtmittel, sehr gut. Lutschmann brauchen wir jetzt nicht mitzunehmen. Hier kann ich auch Licht anmachen. Falls ich das vergessen habe, entschuldige ich mich. Ah, hier hätten wir alles mitnehmen können, das ganze Zeug hier. Kommt hier überhaupt noch was, oder? Ich packe das. Äh, ein Stopp. Oh, One-Shot. Viereckige Pizza. Die nehme ich mit. Borough-Messer. Ach so, dass das... Okay. Lassen wir hier. Langen und Öl, sehr gut. Ich muss gerade eben schon bei der, äh, bei der Dienste... Äh... Keine Granaten. Alter, Falter. Bin ich schlecht manchmal. Ich war da noch jemand gerade, oder? Ach so, war er. Ach, das war ein One-Shot genauer. Na, treffe ich doch. Na, seht ihr? Na, seht ihr? Na, Kampf! Na, Kampf! Na, ich kann es nicht sagen, aber ich bin gerade so ein bisschen... wo ist der andere da haben wir den auf sieht wie wir gut die weiten sachen hier überqueren könnt damit ich habe die zweite taste jetzt auf auf alt gemacht die ist schön neben der space taste okay das war jetzt ein fail von mir war ich nicht zufrieden ich jetzt spät gesprungen aber da kommen wir hier drauf wo ist denn der hier tiefenminen helm ja ja wenn du auf schatzsuche bist dann nur zu noch was am rucksack schon wieder schön irgendwas hat die gerade ach so das war das hier die vier brauchen wir nicht mit 4000 credits immer gern chlor nämlich auch mal mit mehr haben wir nicht hier dann könnten eigentlich raus oder aber hier ist noch navigator den nehmen wir doch mit eine pistole tombstone ist eine schrotflinte jetzt habe ich dir das fresszeug mitgenommen das ist immer so der gut finger den ich in dem kollegen ja panischer geerbt habe ist gar nichts kann ich mal gucken ob ich hier raus kann sehr schön dann brauche ich nämlich nicht daraus zu latschen und dann auch wenn es nicht james ist fühle ich mich so langsam heimisch hallo er würde ich auf jeden fall sagen wir haben heute unsere kopfgeldmissionen gemacht und dann könnten wir bei der nächsten mission also morgen er gesagt übermorgen kannst du mal das was backen halten können wir bei den übernächsten über übermorgen können wir dann wieder nach akita fliegen und ist die free star mission weitermachen weil die würde ich gerne komplett machen damit wir das neue schiff kriegen tschuldigung warte ja tschuldigung der dies sei so aber auf jeden fall würde ich erst mal sagen wir sehen uns über morgen bei der nächsten welm mission ach bei der nächsten mission bei der nächsten folge wieder und ihr hattet euren spaß dabei und wir sehen uns dann bis dahin euer wobra tschüss tschüss Vielen Dank.